. Wir klettern einfach mal hier rüber. Das sind die sogenannten Bumper-Cars. Einmal umdrehen. Ich erkläre euch jetzt mal die Regeln. An jeder Spielfeldseite hier, wie einem Kompass, seht ihr hier Kontaktflächen. Ihr müsst mit dem Bumper-Car die Flächen ausschalten. Wenn ihr die Fläche ausgeschaltet habt, dann leuchtet die Fläche auch auf. Das gibt natürlich einen Punkt. Sobald eine Fläche ausgeschaltet wurde, leuchtet die nächste Fläche. Die Flächen werden zufällig ausgewählt, jedoch nie zweimal dieselbe hintereinander. Wenn ihr jetzt da das Licht angeht, dann geht das Licht an, nicht noch mal da. Wenn nach 20 Sekunden keine Fläche ausgeschaltet hat, weil ihr sie nicht gefunden habt oder euch gegenseitig blockiert, dann kommt automatisch eine neue Fläche. Nach 20 Sekunden. Wie lange ist das ganze Spiel? Das ganze Spiel ist drei Minuten eine Halbzeit. Das heißt insgesamt sechs Minuten. Aber erst mal drei Minuten, dann noch mal drei Minuten. Und wer mehr Punkte hat, gewinnt das Spiel. Super. Also, fahren. Ihr dürft gleich mal so ein bisschen testen. Ja, okay. Und blau ist hier. Heiner ist drüber. Weil die Steuerung ist nicht so einfach. Darf man schon mal? Ja, aber anschnallen wäre ganz gut. Ihr müsst jetzt ganz soft machen. Geht das hier so rüber einfach? So rüber? Oder? Er hatte den doch schon. So, die werden noch mal angeschnallt. Das ist wichtig. Weil diese Dinger hier, wenn ihr gegeneinander knallt, das wumst ganz schön. So. Dankeschön, ja. Ruhig einmal mal ein bisschen Test fahren, damit ihr ungefähr wisst. Oh, la, la. Ach, guck mal, der Heiner. Ich geh mal hier trotzdem raus. Der Heiner hat das schon so ein bisschen drauf. Halt! Nee! Ihr braucht's gar nicht. Jawohl, rückwärts. Komm wieder hier zurück auf deine Position. Heiner auch an seine Position. Moment, Moment. Ja, umdrehen am besten, Heiner. So einfach ist das nicht. Nee, nee, nee. Aber... Ui! Ah! Stopp! Ja, du musst du loslassen. Geil. Warte mal. Gut. Auch hier ein Stück zurück. Heiner ist ja nicht zu schnell. Okay. Beide sind auf Position. Spiel ist also klar. Die erste Halbzeit, die ersten drei Minuten. Wer fängt denn an? Äh, äh... Wer fängt denn an? Die erste Halbzeit gleichzeitig. Und für jeden blinkt ein Licht? Nein, es bringt immer nur ein Licht auf und beide müssen das Licht erreichen. Das wird lustig. Wer als erster das Licht erreicht, kriegt einen Punkt. Ja. Okay? Ja. Dann auf die Plätze. Fertig. Wo blinkt es auf? Aus unserer Sicht rechts. Äh, ich seh nix. Wo blinkt sie? Ach so. Diese leuchten. Einer hat's erkannt. Fährt gegen. So, und jetzt am besten schon mal ausrichten so ein bisschen. Es geht ja gleich das nächste Licht an. Also der Zweite hat dann immer so ein bisschen den Vorteil, wenn er gleich schaut, wo geht das nächste Licht an. Und es ist hier sozusagen bei uns... Nein! Okay. Hier hat einer Spaß. Oh der kann das gut. Der leckt mich auch im Arsch. Genau. Achtung links. Wieder Vorteil. Weil Uwe Ochsen vielleicht einfach nicht losgefahren ist, um eine bessere Ausgangsposition zu kriegen. Aber Heiner hat jetzt auch Probleme. Der will schnell fahren, aber versteuert sich. Beide jetzt eher am drehen. So, und gleich kommt ein neues Licht, wenn sie es nicht schaffen. Aber gerade so. So, Achtung. Die Zeit war um, war kein Punkt, glaube ich. Aha, okay, damit geht dann Neues an. Wir haben zwei, der dritte nicht die Fahne gehoben. Wobei der dritte Punkt noch in der Grafik steht. Das werden wir notfalls dann klären. Heiner also mit rein. Achtung, gleich geht es aus. Und dann kommt ein neues Licht, also neu orientieren jetzt. Okay, dann zählt der Punkt doch. Genau. Es klang auch so, Elton. Genau gesehen haben wir es wahrscheinlich beide nicht. So, wo ist das nächste Licht? Wir sehen es nicht. Uns geht kein Licht auf. Wo ist das nächste? Und ich würde auch sagen, da brennt gerade gar nichts. Machen wir kurz. Stopp. So, mal gucken, was passiert. Wir sind alle sehr gespannt. Ah ja, ich sehe es wieder. Okay, hier vorne. Gut. Ich sage mal so, dann haben wir hier mittendrin immer mal so ein Streichresultat. So, jetzt macht er ein bisschen vorsichtig, sage ich jetzt so. Rückwärts ranfahren ist gar nicht so schlecht, die Idee. Okay, um dann gleich wieder geradeaus zum nächsten Licht zu fahren. Gegenüber sehen wir es. Es brennt sehr, sehr hell. Der fährt nicht mehr. Na doch, der fährt noch ziemlich gut. Oh, nee. So. Ja, ja. Normalerweise sagt man ja in diesem Alter, nee, geh nicht ins Licht. Du warst zehn Sekunden schneller als ich, Elton. Den hatte ich mir auch schon bereit gelegt. Aber zu spät, ey. Zu spät. Zu spät. Nein. Zweieinhalb Minuten sind noch auf der Uhr. Welches Licht ist denn jetzt tatsächlich kaputt? Irgendeins scheint nicht anzugehen. Aber wisst ihr was? Wenn die anderen angehen, macht uns das ja nicht groß nervös. Ah, okay. Von uns aus gesehen, die Linke hat offensichtlich einen kleinen Wackelkontakt. Alle anderen gehen noch. Also haben wir eine kleine Ruhephase drin. Jetzt sind die drei Minuten wahrscheinlich um, oder? Nee, 2.19. Jetzt haben wir eine Stopp. Was ist denn jetzt? Wir haben die Uhr mal angehalten, um die Technik zu checken, nehme ich an. Wartet kurz. Ich glaube, die von mir aus linke Lampe ist kaputt. Das mache ich richtig geil. Die haben die Uhr angehalten. Jetzt können die beiden natürlich heilig ein bisschen üben. Und wir gucken einfach mal, ob alle Stecker drinstecken. Und ob noch alles hinhaut. So. Genau. Denn das war bisher von der Fahrt. Außer ganz am Anfang. So, eher so die Rotationstechnik. Okay. Elton hört es sicherlich auch. Ich sage es mal allen, es gibt da so ein kleines technisches Problem. Das wird jetzt überprüft in diesem Augenblick. Kann ja mal passieren, ne? Das kann natürlich. Das ist, äh... Wie steht es denn, Elton? 3. Gute Frage. 3. Gerade noch. 2.19. Jetzt gucken wir erst mal nach. Es gab noch einen ganz schönen Regen heute Nachmittag. Also nicht, dass da irgendeine Leitung ein bisschen Wasser abbekommen hat. Das wird jetzt aber alles gecheckt. 2.0, oder? Müsste, ja. Ich glaube, 3.0 sogar. Wer sagt, wer war das? Wir sehen noch einmal die Einschläge hier. Nochmal ein paar Slow Motions. Ein paar schöne Studien. Und hier das rückwärts ranfahren, auch wenn das wahrscheinlich gar nicht so mit Absicht gemacht hat, ist eigentlich eine gute Idee. Denn dann geht ja irgendwann die nächste Lampe an und dann hat man einfach eine bessere Ausgangsposition. Oder nach dem Treffer gleich wieder ein bisschen weiter in die Mitte fahren. So, Achtung. Ja. Und ja, und da kam das Rot zuvor. Also schön, dass wir das auch hier nochmal kurz aufarbeiten können. War doch kein Punkt. Also wenn es auf Rot umschlägt. Wir gucken uns das alles gerade in Ruhe anhörig, Elton. Also, wenn ein Ziel nicht schnell genug getroffen wird, leuchtet es seitlich rot und es geht automatisch ein neues an. Also, wir haben noch 40 Sekunden zu fahren. Wir sind bei 2 Minuten 19. Da haben wir die Uhr angehalten. Es steht 3 zu 0 in diesem ersten Durchgang für Heiner Lauterb. Beziehungsweise in der ersten Halbzeit. Heiner, kannst du ein kleines Stückchen vorfahren, weil du schon beim Kontakt bist? Nur ein bisschen vorfahren. Mini Stück vor. Noch was? Noch ein Stück? Noch ein Stück? So. Das heißt, wir starten die Uhr wieder ab 2.19. 3 zu 0 für Heiner. Und los! Also, wir haben ja diese elektronischen Kontakte. Aber Sie sehen es ja auch, da stehen noch Schiedsrichter daneben mit dem Fahnen. Und die haben also genau hingeschaut. Falls wir mal nicht erkennen, wer vielleicht auslöst. Rot. Uh. Okay. Weggewemst. Ja, roter Treffer. Und damit tatsächlich der 4. Ist natürlich schon mal ziemlich krass. Aber 2 Minuten. Und Heiner macht das klasse, ne? Ja, Heiner macht es klasse. Es ist schwer zu steuern, das muss man so sagen. Das ist eine Steuerung wie im Panzer. Wir wissen alle, wie ein Panzer gesteuert wird. Rot ist gut. Also mit rechts und links drücken, beziehungsweise ziehen. Rot heißt Punkt für dich, ja. So, und ganz wichtig jetzt hier für den Hinterkopf. Blauer Punkt. Klappt also jetzt vielleicht auch ein bisschen den Weg zu machen. Das ist immer ein bisschen hin und her. Richtig, das sieht nach dem zweiten Punkt aus. Und dann vielleicht gleich orientieren zum nächsten Fahren. Klack der zweite. Anschlusstreffer. Wo leuchtet das nächste? Ah, da wäre sogar ein kurzer Weg gewesen für Uwe Ochsenknecht. Aber Heiner macht das wieder ganz cool. Gerade. Zack, jawohl. Gute Ausgangsposition gegenüber. Da geht das Licht an. Eine Minute. Wir nähern uns der einen Minute. Und vorsichtig ran. Andocken. Und sofort wieder weg. Sofort wieder losfahren. Gucken, wo das nächste Licht ist. Da ist es rechts eigentlich machbar. Aber Heiner auch, der fährt gut geradeaus. Ja, vielleicht wegbomben. Nein, da vorbeigefahren. Jetzt ist erst der Kontakt ausgelöst. So, jawohl. Das ist jetzt eine gute Situation. Vielleicht sogar mal rückwärts ranfahren, um schnell vorwärts wegzukommen. Wenn man einen gewissen Vorsprung hat. Das so als eine Idee. Da, Mann. Ja, ja, ja. Rückwärts dran, rückwärts dran. Alles gut. Alles gut. Schnell getroffen. War wichtig. Denn sonst wird das Ziel ja quasi aufgelöst. Und es gibt ein neues. Wichtiger fünfter Punkt. Jena guckt schon. Zwei nur noch. Aber es sind natürlich auch nur noch 15 Sekunden hier. In der ersten Halbzeit. In dieser ersten Halbzeit. Genau. Elton. Wichtige Bemerkung. Aber das ist natürlich auch Lernen. Und das ist quasi auch so ein bisschen Fahrschule. So, die letzten Sekunden. Zeit ist um. Ein. Schluss. Mit der ersten Halbzeit. Uwe hat tatsächlich noch gut aufgeholt. 8 zu 5 steht es jetzt. Ja, was heißt es? Es sind immer noch drei Punkte Unterschied. Bitte wieder beide auf Position. Geht es wieder bei null los? Nein. Es bleibt bei 8 zu 5. Zweite Halbzeit einfach nur. Also es bleiben drei Punkte Vorsprung für Heiner. Aber wir haben zwischenzeitlich gesehen, dass Uwe rangekommen ist. Ich mache einen wahnsinnig, die Dinger. Vor allem der eine Punkt. Da war Uwe schon dran und wurde dann nochmal weggeschossen. Ätzend. So, stell dich ruhig gerade hinterher hin. Bist du hektisch, Uwe? Einfach zu hektisch. Heiner hat die Ruhe weg. Bisschen zurück, ein bisschen zurück. Noch ein Stück. Gut, gut, gut. Ist bei Heiner alles okay? Ist er am Kontakt dran oder nicht? Alles okay? Gut. Dann zweite Halbzeit. Die letzten drei Minuten. Los! Also jetzt vielleicht auch ein bisschen taktischen Einsatz der Stoßfänger. Dafür haben wir die ja. So, erst mal wichtiger Treffer. Zack, voll rein. Jawohl, auf geht's. Spaß betontes Papaka-Fahren. Nicht verboten. Dafür haben wir diese aufblasbaren Dinger drumherum. Aus zwei Punkten werden wieder drei ganz vorsichtig drangefahren. Wo leuchtet das? Hier bei uns? Ach, wahnsinnig. Einer sitzt er erst. Uwe dreht sich nach wie vor sehr, sehr gern in diesen Papaka. So, einfacher Punkt jetzt hier. Zweieinhalb Minuten, ungefähr noch 10 zu 6. Vier Punkte. Aber den muss Uwe ganz sicher holen. Und dann gleich gute Ausgangsposition. Bleibt hier jetzt. Gute Ausgangsposition. Gleich für den nächsten. Aber nicht zu lange warten. Treffen. Immer noch, was machst du denn da? So, jetzt auf geht's. So, Heiner natürlich klasse in der Mitte. Da hat er den kurzen Weg. Nee. Und ich kann mir vorstellen, dass Uwe Ochsenknecht heute Nacht von diesem Bambaka träumen wird. Pass auf, pass auf, pass auf. So. Ja. Da hinten ist es. Er dockt an. Ja, Uwe gibt den schon ab. Er sieht natürlich seinen Vorsprung. Aber das sind jetzt nur noch zwei Punkte. So, los. Und jetzt schön draufhalten. Ja. Und Einsatz. Nein. Seitlich rein. Scheiße. Ah, der war so ein bisschen verschenkt. Das war eine Chance auf jeden Fall. Genau. Aber es sind noch anderthalb Minuten. Also eigentlich noch alles möglich. Und so sind aus den zwei Punkten wieder vier geworden. Drei in dem Augenblick. Nein. Ja. Auch der Punkt, der lag quasi schon dort. Ja. Der hätte man nur noch. Ja, ja, ja. Ja, ja. Seitlich reinfahren, dass er nicht dagegen fahren kann. Ja, guter Tipp. Und jetzt hast du noch einen Vorteil. Achtung. Und mitnehmen. Ah, wäre wichtig. Zehn, schlau. Genau. Heiner fährt schon wieder die Mitte. Na, jetzt also. Gegen, schnell. Komm, fahr bitte gegen. Hände aus. Schnell, schnell gegen. Sonst ist es weg. Zu spät. Das Hindernis ist weg. Es sind noch 50 Sekunden. Nicht aufgeben. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Es war nur die Farbe vorbei. Wir gucken aber hin. Es sind 40 Sekunden. Und Heiner lauter wacht. Die Ruhe selbst. Fünf Punkte Vorsprung hier. Also das heißt, wir brauchen jetzt ein kleines Wunder hier. Oh Gott. Achtung. Oh Gott. So, rot. Keine Gefangenen. Sechs Punkte. Also, ich glaube, der Rest ist hier schon eine Triumphfahrt für Heiner Lauterbach. Der kann jetzt sein Konterheim noch ein bisschen ärgern. Was macht er denn? Was macht er denn dort? Heiner Lauterbach weiß, dass er das Ding nicht mehr verlieren kann. Nee. In den letzten zehn Sekunden. Zehn Sekunden noch. Und zwar, äh, ja. Er hat auf jeden Fall Spaß. Das sehen wir hier. Und die letzten Sekunden sind um. Und der Stand 16 zu 10 für Heiner Lauterbach. Er gewinnt damit Bumper-Car. Und aussteigen. Nein. Meine Güte. Ich werde nie Panzer fahren in meinem Leben. Nie. Nie. So oder so nicht. Da sind wir im Prinzip alle froh drüber. Wenn es theoretisch um die Verteidigung geht. Sag mal, was war denn bitte? Also, Uwe. Ich möchte jetzt nicht reden. Du stehst davor. Ja, aber ey. Du musst nur noch eigentlich gar nicht bremsen. Sondern Vollgas gehen. Du hast das ja mit Ruhe gemacht. Ja, das ist mir aber auch passiert. So ein Stück davor, weil man dreht sich dann. Ich habe auch zu viel Energie. Du hast zu viel Energie. Ja, das kann auch so nicht sein. Du siehst so saublöd aus, wenn du so kurz davor stehst. Du warst die Ruhe weg. Aber die beiden Dinger sind so empfindlich. Du denkst, jetzt mal kurz nach rechts. Und dann drehst du dich zu weit. Also, einfach ist es nicht. Das stimmt. Aber trotzdem, wenn man ein Zentimeter davor steht. Ja, ist meine Schuld. Gut, egal. Wichtige Punkte auf jeden Fall. Neuer Punktestand. Es steht jetzt. Wir gehen mal ein Stückchen weiter hier rüber. 6 zu 4. Ja. Ja.